Ein Beitrag von Claudio Michele Mancini am 13. Juni 2024. Der Titel Umweltmilliarden aus Deutschland für chinesische Hühnerställe. Man wehnt sich in einem Kabarett. Der Chef des Umweltbundesamtes, kurz UBA, Dirk Messner bestätigte im Bundestagsumweltausschuss von schlitzohrigen Chinesen, hinter die asiatische Fichte geführt worden zu sein. Mit Klimaschutzprojekten in China können Mineralölkonzerne in Deutschland ihre gesetzlich vorgegebenen Klimaziele erreichen. Doch nach Frontalrecherchen existieren fast alle chinesischen Umweltprojekte nur auf dem Papier. Der herkömmliche Steuerzahler muss angesichts der an Dummheit und Naivität kaum noch steigerungsfähigen grünen Förderungsorgien aus dem Hause Lemke mit hyperventilierender Schnappatmung rechnen. Von 65 Klimaschutzprojekten im Land der aufgehenden Sonne sind, so ergaben die Recherchen von Frontal, 64 Förderungen als Scheinprojekte aufgeflogen. Der Schaden durch die Umweltbetrügereien wird derzeit auf mehrere Milliarden Euro geschätzt und gilt jetzt schon als der größte Umweltschutzbetrug aller Zeiten. Die Chinesen erleichterten die autofahrenden Milchkühe in Deutschland um mehr als eine halbe Milliarde Euro. Tja, allmählich sollten sich auch die Bürger Gedanken machen darüber, wie man Politiker vom Schlage Lemke schnellstmöglich los wird. Nachdem unsere intellektuellen High Potential Grünwoker Weltrettungsfanatiker sich bereits bei der Finanzierung peruanischer Radwege einen Namen gemacht haben, unsere Außendingstar überflutungsgefährdete Atolle in Ozeanien gerettet und realfeministische Toilettenhäuschen in abgelegenen afrikanischen Dörfern wegen schwerer Geruchsbelästigung mit deutschen Steuermitteln realisierte, waren nun chinesische Hühnerställe an der Reihe. Ich will ja, weiß Gott, nicht in den Verdacht geraten, als ungerecht oder gar unfair zu gelten. Aber ich hege inzwischen gewisse Zweifel an den grünen Prioritäten, wenn hierzulande Rentner vom Flaschenpfand leben müssen. So fanden findige Journalisten heraus, dass deutsche Autofahrer mit ihrer Klimaabgabe beim Tanken offenbar rund 80 Millionen Euro für ein angebliches Klimaschutzprojekt in einer chinesischen Uigurenprovinz abdrückten. Das sich bei der Überprüfung als ein verlassener Hühnerstall entpuppte. Wie viele unentdeckte Betrugsmaschen beim asiatischen Weltmarktführer und Handelsgiganten noch auffällig werden, dürfte ganze Bücher füllen. Unser einer würde die Sache mit dem heruntergekommenen Hühnerstall ja noch hinnehmen, wenn in der abgelegenen Region Yuki Wengchang wenigstens noch ein strammer Gockel vorhanden gewesen wäre, der sich regelmäßig um seine zwei Dutzend Hennen gekümmert hätte. Doch bei allem Respekt, 80 Millionen Euro deutsche Hilfszahlungen für einen einzigen Gockel scheint mir dann doch ein wenig übertrieben. Ich will an dieser Stelle mein Erstaunen nicht verhehlen, wenn der nigerianische Mr. Cashmoney mit bürgerlichem Namen Jonathan A. für 24 Kinder die Vaterschaft anerkannt hat, ohne für sie aufzukommen, weil er mittellos ist. Selbstreden springen die deutschen Behörden in einem solch bedauernswerten Notfall ein. So entstanden innerhalb eines Jahres schlappe 1,5 Millionen Euro Sozialkosten, die der schlaue Jonathan mit seinen lukrativen Vaterschaftsanerkennungen eingenommen hat. Und während Mr. Cashmoney in seinem nigerianischen Heimatdorf Nasarawa Mamba mit Geldscheinen um sich wirft und mit seiner Protzlimousine aus Untertürkheim geschickt, den Schlammlöchern auf der Straße ausweicht, haben dank des in Deutschland tief verankerten humanistischen Gedankens nun auch über 90 Kinder ein bedingungsloses Aufenthaltsrecht in unserem Land. Leider verhindert unsere Gesetzgebung die Aberkennung einer Scheinvaterschaft, obwohl der untätige Urheber für die Kinderschar den Behörden bekannt ist. Schwamm drüber. Nein, es überrascht mich nicht sonderlich, wenn sich unsere woken Staatsvertreter und Liebhaber exotischer Projekte um die Belange fremder Völker in den entferntesten Winkeln kümmern. Zumal selbst in den unserer von Klimakatastrophen erschütterten Erde da und dort auch einmal ein paar Säcke Reis umfallen. Schlimmstenfalls ist Annalena mitsamt Kosmetikstudio Fotografen und Berichterstattern vor Ort und richtet sie wieder auf. Im Falle Chinas und dem uigurischen Hühnerstall war die Rettung der verlassenen Verschläge nur deshalb möglich, weil nach den Berechnungen von Frontal mit der Einsparung von 7,7 Millionen Tonnen CO2 erreicht werden konnte. Natürlich könnte man anführen, alleshalb so schlimm. Denn die Projektträger sind Ölmultis wie beispielsweise Shell, Rosneft und Total Energies, die ohnehin nicht wissen, wohin mit all dem Geld, das sie mit der Einsparung von CO2 vom deutschen Staat rückvergütet bekommen. Inzwischen revoltieren sogar schon die Bauernverbände, der Fachverband Biogas und der Fachverband Holzenergie. Sie üben scharfe Kritik am Bundesumweltministerium, die den massenhaften Hinweisen auf die Betrugsmaschen der einfallsreichen Asiaten nicht nachgegangen sind. Ich will keineswegs übermäßige Kritik an unseren grünen, gelben und roten Parteieliten üben, die sich geradezu in rührender Weise mit deutschem Steuergeld um die Notlagen in nigerianischen Hüttendörfern, peruanischen Schotterpisten und zureichende Toiletten im afrikanischen Dschungel oder verlassene chinesische Hühnerställe kümmern. Der Zweck heiligt schließlich die Mittel, die unsere Eliten nicht im Schweiße ihres Angesichts verdienen müssen.